hallo leute heute habe ich ihn mal verfolgt und er ist dann gelandet und jetzt werde ich hingehen und mir den doppeldecker schnappen ich werde mir den nägel reißen ich werde den kassieren ich würde ihn klauen rein dann entführe ich die maschine dann ist mal schluss mit diesem glück wo saatscheiß endgültig ist vorbei endgültig schluss mit dem sonnenuntergang entgegen dem sonnenuntergang ne 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 wende also sehr holprig die lenkung reagiert sofort jede kleinste bewegung wird sehr stark übertragen wenig spiel bei der steuerung relativ wendig und jetzt das natürlich ziemlich blöd habe ich mich nicht konzentriert war ich nicht achtsam auf den flugverkehr ich sage vielen dank fürs zuschauen und 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 und